Hier ist Honda-Treffen, hier ist Autotreffen, hier ist alles los. Und gute Laune. Top, oder? Wie riecht es euch nach Gummi, oder? Ich bin heute am Nürburgring. Es ist Karfreitag für Nordschleifen-Fans, das Ereignis des Jahres. Hier wird inoffiziell die Nordschleifensaison für Touristen eröffnet. Kommst du jedes Jahr her? Ja, jedes Jahr an Ostern mindestens zwei, drei Tage. Was ist das Besondere an Karfreitag für dich? Autos hier zu sehen, wie die über die Nordschleife fahren, die Touristen zu gucken. Einfach Spaß haben. Wir wollen auch nichts Spaß haben, Autos angucken. Was interessiert euch am Karfreitag und an den Karren? Die ganzen japanischen Fahrzeuge, allgemein Nissan, Automobile, speziell Skyline, GTR. Die ganze Fahrzeuge, allgemein Nissan, Automobile, geht mit dem Knochen. Wir kommen aus Gelsenkirchen und wir sind hier, weil wir uns hauptsächlich mit unseren Freunden aus ganz Deutschland treffen und halt wegen den ganzen Autos, die hier sind. Was ist denn das Coolste, was du bis jetzt gesehen hast? Boah, schwere Frage, es sind sehr, sehr viele schöne Autos hier, seltene Autos, das Coolste. Ich denke in Honda NSX, wir bleiben hauptsächlich hier und gucken halt, was hier so passiert. Was hier so passiert, heißt das, dass ihr auch gerne mal auf einen Unfall spekuliert? Ja, ehrlich gesagt ja. Wir kommen jeden Tag auf Freitag hier an den Ring und grillen was mit der Jugend von uns. Das ist ziemlich interessant, das ist ziemlich lustig. Warum kommt man aus Dresden an den Nürburgring? Weil heute Karfreitag ist, Karfreitag ist. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020